So Mädels, ich muss jetzt noch ein paar Hühner abklassieren und dann bringe ich euch zur Grenze. Und von da aus müsst ihr alleine weiter gucken, ne? Alles klar? Oh, vielen Dank nochmal. Oh, nix zu lang her. Ahoi! Achso, Jungs, hört mal zu, ne? Also ich mein, wenn ihr jetzt Bock hättet auf so ein paar knusprige Hündchen, dann bin ich jetzt hier gelegen heute, ne? Sind alles Freulandhühner. Was denn? Danke, nein. Was ist mit dir, Kohli? Wir haben morgen Gans. Und bis gleich, ne? Und jetzt? Wie und jetzt? Jetzt fahren wir zur Grenze, ist doch klar. Ich will aber nicht mit jemandem mitfahren, der sein Geld mit dem Leid anderer Leute verdient. Wieso, das mach ich da auch. Oh, nice. Very busy. Fine. Very nice. Really. I love you, baby. I love you. Ich wusste, Sie sind ein guter Mensch. Ich geh nur pinkeln. Halt raut. Ah. 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 Ne? Ich, ich, ich komm nicht dran. Das Kostüm ist… Können Sie mir vielleicht mal helfen? Ja, eine Sekunde, jetzt muss ich rüber, erst mal eben. Taunschef oder sowas. Okay, komm mal her da, du. Na, nun ist alles klar. Nun wird es machen. Denken Sie nicht mal dran. Aber ich komm nicht dran. Nein. Doch, es ist saukalt, ich kann mich nicht ausziehen. Bitte. Ich glaub's nicht. Aber nur halten, nicht gucken. Ja, was denken Sie denn? Ach, du Scheiße. Uh, das ist schön. Nochmal wegen der Entlassung. Nee, Hilmar, komm, jetzt nicht schon wieder. Ich hab eine Idee für diese Firma in Wien. Und die wäre? Frikadell. Eine Mischung aus Frikadelle und Semmel. Semmel sagt man nur in Süddeutschland und Österreich. Dann Frötchen. Und mal bitte abschütteln. Oh, gekloppt. Was war das? Oh, ich wäre doch zu sagen. Oh, habe ich weiter chicken. Ja, ich werde mal dir. salut, ich habe ihn angerelle. Anna Schäufer gerendet, right? Bis zum nächsten Mal. Es geht, hier ist doch ein지가uender, bei Wikipedia und Souwerden. Was haben wir gleich wegen hausphase? Sind Sie? Was haben wir nicht? worlds in Süddeutschland, das ist doch kein tolles H hem двersch améric. Wir müssen uns im Amiz beten, sondern ihr Sch diret sind. Und ihr wo auch? Wasgré auf Monitor? Vielen Dank.